Hallöchen! Wir wollen heute kein langes Intro machen, denn es ist viel passiert auf dem Acker und hier drumherum. Und ihr seht jetzt gleich, wie Tim grubbert und los geht's! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! So, jetzt ein bisschen hier Stimme aus dem Off. Ich hab' jetzt hier noch mal was an der Tiefe verstellt hier am Grober, ich hab' das jetzt ohne zu filmen gemacht, weil der Dreck auch so laut ist und da macht das keinen Sinn, wenn ich hier noch was dazu erzählen möchte. Das ist einfach zu laut und das ist einfach blöde auf dem ganzen Video. So, ich bin hier schon am Grobern, fleißig am Grobern. Damit wir dann auch drillen können, das Wochenende. Da soll jetzt nämlich noch ein Teil Roggen schon mal rein. Wir sind hier auf das sehr sanige Stück. Habt ihr jetzt schon ein grober Video gesehen. So, ja, auf jeden Fall hab' ich hier das noch mal runtergelassen. Das macht man dann mit dieser schönen Gurbel hier, ja. Dann machen wir hier den Splint raus, zack! Und dann machen wir das hier dran, das ist ein schöner Vierkant und wir können hier schön loslegen, ja. So, ja, an sich haben wir dann hier vorne nochmal so ein bisschen eine kleine Schleppe. Die können wir dann auch noch mal beliebig in der Höhe verstellen. Beim Sand nehme ich die immer ein bisschen noch weiter hoch, weil sonst schiebt die wirklich zu viel vor sich her. Und dann haben wir nachher das Problem, dass wir am Vorjewende einen riesen Haufen liegen haben und das ist nachher blöd. Da muss man dann wahrscheinlich auch mal dreimal drüber fahren, damit es vorjewende ein bisschen schön aussieht. Und ja, das vermeiden wir dann damit. Ja, hier hinten haben wir dann noch die Walze. Sieht wohl aus wie bei Hempels. Ich möchte mich schon mal bei Familie Hempel entschuldigen. Hier haben wir Binnenfahnen drum, wo das jetzt herkommt. Ja, weißt du, ja, ja. Müssen wir den mal noch beseitigen. Ja, ansonsten ist das so unser Grubber hier. So sieht das schönes Stück aus. Da wollen wir jetzt ein bisschen noch grubbern. Auch diesmal mit einem Feingrubber. Der macht halt nicht so tief. Der ist halt dazu da, um den Acker nochmal ein bisschen plan zu machen. Und auch nochmal ein bisschen das Unkraut zu stören. Und darum fahren wir so im letzten Gang jetzt mit einem Feingrubber drüber. Der macht ja auch ein sehr gutes Bild. Ein sehr gutes, ja, grober Bild eigentlich. Und so sind wir da sehr zufrieden. Achso, und grüße ihn raus an Wurch Landtechnik, ja. Da haben wir dieses schöne Teil erworben. Der schöne Bettner Swifter. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Und ich würde sagen, wir lehnen jetzt einfach mal los. So, ich fahre jetzt hier so, ja, gerade mit 10-Gamera. Eigentlich fahre ich dann mit 12-Gamera. Wenn die Kamera habe ich gerade ein bisschen runtergeschraubt, ja. Hier die AB-Linien. Ja, und wie man sieht, es starb wohl auch sehr. Wir hatten jetzt die letzten zwei Wochen wohl auch kaum Regen. Na ja, mal sehen. Noch hält sich ein bisschen die Feuchtigkeit, aber die Oberfläche ist halt wirklich warm. So, und heute fahren wir mal in jede zweite Spur. Ja, der Dreck ist auch wieder schön geputzt hier, ja. Hätte man keinen Scheinwischer, würde man wahrscheinlich wieder nichts sehen. Ja, so sieht das aus hier. So, ich fahre jetzt bitte auch sicherlich, ja. Wir machen jetzt richtig äther Skypeî mit Topaxe schon, aber ohne mit der Erkage. da haben wir nämlich natürlich das nächste problem ja jetzt hat sich hier so ein schöner stein drinne vergandelt ja da steckt das schwein den müssen wir jetzt hier mal rauskloppen weil wie man sieht kann das hier nicht weg das backt da alles voll bisschen klumpen noch dazu ja und dann sieht das halt so aus ja also den senfeimer erstmal weg dann gucken wir mal ein hämmerli haben erstmal lassen wir die gister auf dann ziehe ich mich noch die handschuhe an und dann gucken wir mal das jetzt halt weil er praktisch war auch nicht gleich rein wir können das gleich von hinten gesteuern so lassen wir mal richtig hoch damit ich da richtig schön dran klopfen kann so höre jetzt nicht ja ungefähr jetzt kommen wir noch so schon raus ja wahnsinn wahnsinn brauche ich mal raus kloppen weiter geht's so wir fahren ins wasser mit unserem großen wasserwagen und mit unserem johnny und zwar bringen wir das wasser jetzt zu unserer kühe raus ja unser johnny steht jetzt hier so schön bereit die anderen trecker stehen uns gerade nicht zur verfügung und deswegen benutzen wir den so dann steigen wir jetzt mal ein oh es ist richtig warm hier emi fährt halt nicht auf trecker ja an alle die die sich jetzt gleich wieder gespürt die wissen ja nicht wie ein trecker fährt ja also immer bitte den ball flach halten dankeschön du musst da bestimmt aussteigen ach ja scheiße du musst es nicht anhängen ich bin eine frau ich kann das freu mich jetzt schon auf die kommentare da kommt mir schon mal richtig so ich steige mal aus ja ladies and gentlemen ja gerade ja weiter gut komm mal ein ganz ganz kleines stück nach hinten und bremsen so jede mit darum da liegt nämlich ein steinchen damit der schöne hänger hier nicht weg wollen kann klar wird noch einen schuh nehmen können auch nein wir hatten ein stein also wird der stein genommen und den m schuh ja so sie können das window closen aber jetzt wie beim letzten mal auch wieder wasser fahren nur trecker ist ein bisschen anders ja und der wasserwagen ist auch verdoppelt worden und da ist ja noch das frontgewicht dran ja das brauchen wir zum wasserfahren das ist ganz wichtig sonst gibt nämlich unser trecker um nein das ist quatsch das war jetzt einfach nur noch dran weil wir gegrobort haben und unser trecker ist automatik hat automatik fährt sich schön brauchen wir noch jassi im jahr wir gehen wir qu Macht Spaß? Ja. Gefährt sich besser? Welcher Trecker? Ich mag den großen eigentlich nicht mehr. Also den? Ja. Den Johnny. Der Klaas fährt sich aber auch nicht schlecht. Und der 6630? Den mag ich nicht so. Wieso nicht? Weiß nicht. Ich mag den nicht so fahren. Der ist so laut. Nee, das nicht. Aber die Schaltung ist halt komplett anders. Naja. Ich fahr den manchmal sogar sehr, sehr gern. Aber im Klaas ist es halt wie beim Auto. Im Prinzip ist der 6630 auch so wie beim Auto. Nur dass er halt nicht 1, 2, 3, 4, 5 heißt. Das ist dann A, B, C, D, E, F. Ja. Das ist alles eine Gewohnheitssache. Ich kann den ja auch fahren. So ist es nicht. Aber ich fahr ihn nicht so gern. Ist ja nicht schlimm. Nee. So. Da sind die Mutschis. Gut. So. Dann werden wir mal die Kühe was zu trinken geben. Ja. Emi ist jetzt auch mittlerweile eine Ausbildung. Ja. Darum ist sie über den Tag jetzt nicht so viel da. Ja. Und dann bin ich vielleicht öfters mal über den Tag zu sehen. Und dann, wenn wir was zusammen machen, dann nehmen wir das natürlich auch alles auf. Dann nehmen wir euch da mit. Ja. Ist ja unser gemeinsamer Kanal. Ja. Davon lebt ja. Und das soll auch so weiter gehen. Dann sind wir rein. Spannungsgeladene Untertitelung. BR 2018 So, also wir wollen morgen oder die Tage auf jeden Fall drillen, bzw. mein Vater, der macht dann immer mit der Drillmaschine los. Wir haben die jetzt schon abgedreht und das könnt ihr jetzt einfach mal schnell angucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Wir sehen euch das nochmal ein bisschen und prüfen wir auch nochmal schnellen Strom, wenn wir einmal da sind. Ja, und dann sehen wir mal weiter. So, wir sind jetzt bei unseren Fersen angekommen. Da stehen sie auch schon. Bereit. In lauer Stellung. So. Wir haben unser schönes Prüfgerät, ja. Gucken wir mal, ob es genug Saft da drauf ist. Schönes Wetter, ja. Ja. Das stimmt. Volles Ballett, ja. Ach, da sind drauf. Hier auch. Schön. Prima. Ja. Dürfte also kein Fehler in der Koppel sein. Dürfte. Müssten nur dahinter nochmal fahren. Da ist noch Strom und eine Pumpe. Da gucken wir, ob das alles noch okay ist. Wenn wir jetzt einmal hier sind, wo wir es heute schon einmal kontrolliert, aber kann ja nicht schade. Doppeltät besser, oder? Wir können hier mal einen Schritt rein gehen. Wir können sie nochmal von Nahen begutachten. Und gleich krieg ich eh, ne, pflastert ja. Wer lässt mich hin? Okay, noch. Du bist geübt. Du Linja. Die fette Frühlingsrolle sich noch gerade durchrollt hier, wa? So. Ah, hier wissen wir an, was mich das erinnert. Wir hatten ja bei Insta mal eine Umfrage gemacht, ob man mal so ein Blattvideo drehen sollen, wie wir Blätter essen, ja? Das wollten wir eigentlich schon für Ehe machen. Aber das kann man erst im Laub, also wenn das Laub vom Baum fällt und wenn das schon eingetrocknet ist, ja, also so im Herbst, dann kann man das erst machen. Machen zum Beispiel viele im asiatischen Raum, die frittieren die und dann geht das so und dann... Schmeckt? Ehrlich gesagt, toll nach Platizie schmeckt, ja? Nach Baum. So, wir sind jetzt, oder haben uns erstmal entschlossen, den Weg bis runter zu laufen, ja? Ein bisschen was für die Video tun. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal noch schnell zum Raps, wie die also aussieht. Genau. So, das ist jetzt hier unser Raps, ja? Hatten wir ja in dem einen Flock schon angekündigt, ja? Das ist jetzt schon eine Weile her, wo wir den gedrillt hatten. So an sie sieht ja nicht schlecht aus, sie hat ja so nochmal einen ganz schönen Schuss gemacht. Ausfallgetreide steht ja nicht mehr viel drin. Erste Pflanzenschutzmaßnahme haben wir auch jetzt schon getroffen. Der nächste folgt jetzt, die nächsten Tage. Ein bisschen Unkräuter kommen jetzt hier schon mal durch. Ein bisschen Storchschnade haben wir gesehen gerade. Der Feuchte hält sich ja schön noch im Boden drin. Können wir ja mal buddeln hier. Ja, ja gut. Oberflächlich sieht es schon mal ein bisschen blöde aus. Aber hier ist es halt wirklich noch ein bisschen dunkler, der Boden. Ein bisschen nasser. Und dadurch, dass Raps eine schön tiefe Wurzel hat, ja, holt er sich gerade das Wasser durch die Wurzel hauptsächlich. Das macht er ja eigentlich sonst so. Aber das ist jetzt unser Vorteil, dass er eine schön lange Wurzel hat. Da kann er jetzt schön von unten das Wasser noch nutzen. Und so sieht es jetzt halt aus. Unser schönes Rapsfeld. So, wir kommen jetzt auch schon wieder zum Ende des Videos. Wir haben euch jetzt mal mehrere Tage mitgenommen. Es war jetzt ein bisschen schwierig mit der Zeit alles zu vereinbaren. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Darum gab es jetzt letzten Freitag oder das letzte Wochenende auch kein Video von uns. Dafür sind wir jetzt noch losgezogen und haben noch mal ein bisschen was mit der Kamera eingefangen. Ja, habt ihr ja jetzt gesehen, wie das bei uns jetzt gerade so alles aussieht und was wir so ein bisschen zu tun haben. Und was jetzt auch noch folgt. Deswegen seid uns nicht böse, wenn mal kein Video kommt. Manchmal ist es einfach nicht zeitlich zu schaffen. Aber wir geben unser Bestes. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. oder drückt auf Abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Genau. Und für die ganz heißen Fans, ja, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr ja keine weiteren Neuigkeiten mehr von uns. Genau. Und in diesem Sinne. Tschüssi. Macht's gut. Ich...